Willkommen zurück zu Need for Speed. Wir wollten Emmy besuchen hier oben. Ah, das werden wir auch machen. Mit unserem Mustern. Ich muss sagen, das ist unser Bad-Ass-Muster. Auf. Und wir starten. Tennels Sprung unterbietet die Zeit für Emmy. Okay. Auf. Danke, Emmy. Ich hab auf jeden Fall einen größeren Motor dran dazu. Wenn wir jetzt auf die Staassen halten, dann… ...d exped ich da schon. Kleines Geruckel. Man, ich hab grad schon gerippt. Yeah, aber gefällt mir das. Junge, wo bist du? Der Hauptstart ist gleich. Na los, komm schon rüber. Ja, stresst mich nicht. Ich bin grad innig mit Amy unterwegs. Was? Hast du von dir aufgekommen? Was ist das? Da wird so was steht. Alter! Den hab ich nicht gesehen. Okay, Amy wartet auf mich. Das ist halt schön. Vor allem ist er auch gegen das Auto gefahren. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Ja und ohne den Driftassistenten wird das Drift noch viel erleichter. Das braucht ein bisschen viel Handbremse. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. 7000 neue persönliche Bestleistung. Amy, ich hab den größeren Move. Tut mir leid. Das war's für mich. Das ist auch für mich. Ich hab's für mich. Damit, wenn wir schon immer da sind. Guck, ob wir das mit denen schaffen. Reinfühlt sich da unten. Oh, da ist wieder Zufra. Ich bin halt wirklich ein bisschen zu schnell für die, glaub ich. Au. Ich muss halt driften, wo ich nur kann. Oh, ich sollte mal ein bisschen langsamer fahren. Ich krieg keine Punkte, wenn die so langsam sind. Ja, klar. Ich sehe euch beide später. Ich bin in der Garage. Komm rüber. Oh Leute, warte mal zu. Genau. Komm. So krieg ich das niemals hin. Jaaaa. Wieso kannst du mit denen nicht fahren? Oh, er hofft noch zu bremsen. Was ist das denn? Ja, ey. Das ist Schwachsinn mit den Leuten, ey. Wo soll ich hin? Garage. Ehm, Emi, Garage. Oh Gott. Das ist noch ein etwas weiterer Weg. Ja gut. Die Karre ist ja auch durch den Driften ausgelegt, ne? Ich weiß, dass du nicht in der Nähe sind. Ich hab das eigentlich schon fast vergessen. Guck wie sie fahren. Ey, schlimm. Oh, warte mal. Haben wir geschafft? Ja. Da oben war zwar noch ein Foto, aber hier kommen wir bestimmt noch mal hin. Der hat zu viel Grip. Wenn der einmal driftet, dann kommt der sofort wieder auf Grip. Und das ist heftig. Warte mal klappt's. Oh, sorry. Oh, hier gibt's auch Werner. Bitch. Hey, nix. So, noch zwei Kilometer. Da fährt eh keiner ab. Nein! Da war schon wieder die Straße zu Ende. Ei, ei, ei. Hi, Emi. Wer da? Nimm mit dein Wagen auf Grip ab, dann hältst du die beste Idealinie. Hältst du die beste Idealinie auf. Oh, die Karre. Ach du, hey. Du musst mich diese Baubilder posten lassen, Mann. Der Meister selbst könnte sie sehen, weißt du? Aber folgendes. Wir wollen keine Witwenmacher hier, nein. Also, bau deinen Wagen stark genug, um mit der ganzen Power klar zu kommen. Das ist Phase zwei, okay? Okay. Hier, unser Nakai-san. Er war ein Street-Racer, wie wir alle. Und jetzt? Reist er um die Welt, baut Wagen für reiche Kunden. Es stimmt. Ich bin ein Wahnsinnstyp. Wie hört er deine Regenwald-Sounds, Manu? Ich hab gerade ein Bild gepostet. Hier, guck mal. Ich auch sehen. Spitze. Ja. Wirklich spitze. Sag mal das Bild. Hallo. Jetzt bleibt sie wieder die ganze Nacht auf, bis der Meister es liked. Ja, was dagegen, Mann? Hey, du verbringst schon so zu viel Zeit unter der Haube. Du musst wieder zurück auf die Straße. Fahren. Klar. Wir sehen uns dann, okay? Wir fahren unterbrochen zusammen. Aber wir haben sich sowas nicht liken, ne? Alt, breit, stark, schwarz, geile Felgen. Und dann? Der. So. Äh. Da ist noch ein. Wandbremse. Ne, wir hatten noch irgendwas. Los. Ja. Ne. Auspuffkrümmer. Zylinderkopf. Ja. Doch, aber noch irgendwas. Ah, hier. Genau. Warte, nicht irgendwas mit 5000? Ach, das war hier. Hm. An der Optik würde ich ja auch langsam mal gern was machen, ne? Betrifft wir ja das eigentlich geil, ne? Warte mal. Können wir ja eigentlich endlich? Naja, können wir. Joa, kommt's ja schön. Ach, komm her. Kann ich das Ding ran machen? Ich weiß halt noch nicht, ob ich halt ne Stuhlstange mach oder halt das... Ja. Halt gar keiner ran machen. Hier ist schon wieder, äh, hier ist schon wieder ein bisschen fett. Ne, die ist zu fett. Normale... Ne, warte. Die... Reiterung haben wir auch schon. Cooperative. Genietet. Genietet wer ja auch, ne? Pocket Bunny... Ja, wir mach mal mit Genietet, das wird ja so... Schichtige Trifftkarre. Weiter Kurzflügel genietet. Ach komm, nehmen wir genietet. Nein, das nicht. Das. Haben wir irgendeine Sturzstange, die damit abschließt? Ja, der hier. So ein bisschen zur Form passen, ne? Haben wir den schon gemacht? Ja. Äh. Okay. Passt das aber hinten nicht ganz. Machen wir den mal so. Neutral, Negativsturz, ein bisschen mehr. Sowieso. Alter. Rotflüge hinten passen nicht dazu. Ah, okay. Ja, passt schon eher. Aber. Dann passen die Heckstuhlstange wieder nicht. Passt irgendwie gar nicht. Na gut, lassen wir die erstmal so. Steigen. Wichtig. Steigen wechseln. Das wäre schon, ne? Die und klein gemacht. Oh ja, genau. Kurz vor auf die anderen. Das. Ist. Geil. Jeder hat ja seinen eigenen Geschmack, ne? Aber ich liebe solche... Warte mal. War das die? Tarnabe, Typ A? Ne. Wie heißen die? Ne, normal heißen die glaube ich nicht. Achso, das sind die Reifen. Watanabe, Typ R. Meine kleine Tuning-Folge. Watanabe, Typ R. Da? Na. Da sind sie doch. So, was kann man hier alles machen? Wollen wir die schwarz machen? Ach, schwarz ist... Nö. Eigentlich so... So gold. So. Nehme. Also das. Okay, das ist die Zweifarbe. Achso, hinten geht... Ne, warte mal. Gleppsscheiben. Gut, Gleppsscheiben brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil... Ich meine ja nicht. Panthas oder... Ne, ich bin... Ne, ne, ne. Oh, das gleiche kommt hier hinten noch. Oh, jo. Nochmal. Scheiben gezogen. Ja, da sind sie doch. Irgendwas. Felgen. Lammzettel. Lammzscheiben. Boah, lassen wir erst mal so. So, wollen wir noch... Eigentlich gehört hier ja, ne. Ne, das ist ja Kofferraum, Deckel. Gehört ja schon was Fettes eigentlich drauf, ne. Ist aber ein bisschen zu fett. Mag diese Riesenspoilern. Aber doch Kofferraum, Deckel. Muss nicht jedem gefallen. Mir gefällt's. Höööö. Er ist halt wirklich, ne. Reifen. Ja, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nochmal hier drauf. Er ist halt wirklich schon... Ach, nö. Doch. Ich weiß grad nicht, wie... Wie, was wo ist. Sogar noch ein bisschen raus. Wieso? Ja. Hm, was liegt da als nächstes an? Oh, sind wir doch schon wieder... Sind wir richtig unten rennen gefahren? Ja, ne. Ähm. Ja, ich würd sagen, wir sind unten rennen gefahren. Wir haben ein bisschen getunt. Und wir würden... Das war eben, ne. Okay. Was denn? Ist... Ginkana. Okay. 7.000. 8.000 Reputationen. Absolviere die Route mit Sprüngen und Driften. Style. Finde die Balance zwischen Speed und Style. Okay. Okay. Das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Runde. Hoffe euch hat's gefallen. War jetzt nicht so viel fahren. Aber... Ja. Dafür wird mehr fahren wieder in der nächsten Folge. Hoffe euch hat's gefallen. Und bis dahin. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.